Rote Rosen David, folgenschweres Ultimatum Bei Rote Rosen wird die Luft für Franzi immer dünner, David will endlich eine Entscheidung von ihr. Das Liebesdrama um Mia, Leni Beudener, Franzi, Sophie Juncker, und David, Arne Rudolf, geht in die nächste Runde. Nachdem Franzi eine heiße Nacht mit dem Mann verbracht hat, in den ihre kleine Schwester Mia hoffnungslos verliebt ist, nagt an ihr das schlechte Gewissen. Vor Mia hält sie vorerst verdeckt, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Mit allen Mitteln versucht sie ihrer kleinen Schwester David auszureden. Doch die will ihren vermeintlichen Traummann unter keinen Umständen loslassen. Für Franzi steht damit fest, dass auch sie ihn gehen lassen muss. Dieser wiederum hat andere Pläne, er ist fest entschlossen, Franzi zu erobern. Wie schnell die guten Vorsätze vergessen sein können, zeigen die neuesten Rote Rosen-Vorschauen. Rote Rosen, David und Franzi haben Sex. Nichtsahnend, was zwischen Franzi und David bereits vorgefallen ist, erwischt Mia die zwei im Bett. Tief verletzt blockt sie jegliche Annäherungsversuche ihrer Schwester ab und macht klar, dass sie die beiden als Paar, nicht akzeptieren wird. Weil ihr die Beziehung zu ihrer Schwester wichtiger ist, gibt Franzi David endgültig den Laufpass, oder doch nicht. Um in Franzi Gefühle zu wecken, kommt Amelie auf die Idee, David provokativ vor ihren Augen zu küssen, mit Erfolg. Rasend vor Eifersucht kann sie ihre Emotionen nicht weiter verbergen. Doch das viele Hin und Her wird dann David zu viel. Er will endlich Klarheit haben. Entweder sie entscheidet sich für ihn und riskiert den Zwist mit ihrer Schwester oder sie lassen die Finger endgültig voneinander. Aber wofür wird sich Franzi letztlich entscheiden? Das erfahren wir schon bald, immer montags bis freitags um 14.10 Uhr in der ARD. Wer noch mehr Rosen-News erfahren möchte, sollte bei den KollegInnen von lebenswert vorbeischauen. Wer noch mehr Rosen-News erfahren möchte, wenn ihr Licht gittet, ist Untertitelung des ZDF, 2020